Vishama Ardha Shrayana Ashtavakrasana ist die gemütliche Stellung von Ashtavakra. Wenn du es also mal gemütlich haben willst, dann übe diese Stellung, wie sie Fabian vorführt. Ashtavakra war ein großer Heiliger und Shrayana bedeutet Ausruhen, Gemütlichkeit und Erholen. Probier es mal mit Gemütlichkeit, aber die Stellung hat es in sich und gehört zu den fortgeschritteneren Stellungen, die Gleichgewicht, Armkraft und Koordination in hohem Maße fördern, gleichzeitig Drehbewegungen ist und eine gute Massage der Bauchorgane beinhaltet.